Im heutigen Video stelle ich eine leistungsstarke Grafikkarte vor, die mit innovativen Kühl- und Designmerkmalen ausgestattet ist, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das wellenförmige Finnen-Design dieser Karte reduziert den Reibungswiderstand und die Windschnittgeräusche, wenn der Luftstrom eintritt. Besonders beeindruckend ist das v-förmige Design an der Oberseite des Grafikprozessors, das den Luftstrom beschleunigt und zentralisiert, um die Wärme effizient abzuleiten. Ein dediziertes Kühlmodul für die Spannungsregler sorgt für ausgezeichnete Wärmeableitung und Kühlleistung. Ein weiteres herausragendes Merkmal sind die Angular Velocity Lüfterblätter, die eine doppelte Schicht abwärtsgerichteten Luftdrucks erzeugen. Dies erhöht den Luftdruck und den Luftstrom um bis zu 44 bzw. 19% im Vergleich zu vorherigen Generationen, was einen leiseren und kühleren Betrieb ermöglicht. Die Verbundstoff-Heatpipes sind speziell für jedes Kühlungsdesign abgestimmt, um die Wärme gleichmäßig auf das gesamte Kühlmodul zu verteilen. Zudem passt sich die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die GPU-Temperatur an. Die innovative Funktion Assistive System Fan Control in der TRIX Software steuert die Geschwindigkeit eines Systemlüfters, um die Wärmeableitung weiter zu verbessern. Die Karte ist auf einem hochdichten 14-lagigen 2 Unzen Kupfer-PCB mit hohem Glasübertragungstemperaturwert montiert, was die Stabilität während des Betriebs garantiert. Die Vollaluminium-Backplate verhindert Verbiegungen und Staubansammlungen und trägt zusätzlich zur Wärmeableitung bei. Ein besonderes Feature ist der ultrahochleistungsfähige Polymer-Aluminium-Kondensator, der eine stabile Kapazität bei hohen Frequenzen und Temperaturen bietet und für sehr geringes Signalrauschen sorgt. Dies erhöht die Stabilität und Zuverlässigkeit der Karte erheblich. Zur Sicherheit verfügt die Karte über eine integrierte Sicherung im externen PCI-E-Stromanschluss, um die Komponenten vor Beschädigungen zu schützen. Außerdem können Sie das Aussehen Ihrer Karte mit dem integrierten ARGB individuell gestalten. Für Informationen über den Preis dieser hochwertigen Grafikkarte klicken Sie bitte auf den Link in der Videobeschreibung. Jetzt komme ich zu dem spannenden Teil meines Tests, der Gaming-Performance dieser Grafikkarte. Ich habe sie in vier modernen Spielen getestet, um ihre Leistungsfähigkeit in verschiedenen Auflösungen zu beurteilen, Full-HD, Quad-HD und 4K. Es ist wichtig zu beachten, dass die erzielten durchschnittlichen FPS-Werte, Frames pro Sekunde, in der Praxis variieren können. Diese Abweichungen hängen von verschiedenen Faktoren wie der CPU-Leistung, dem RAM und anderen systembedingten Bedingungen ab. Während des Tests zeigte die Karte in Full-HD beeindruckende FPS-Werte, was ein flüssiges und detailreiches Spielerlebnis bietet. Bei Quad-HD stellte ich fest, dass die Grafikkarte weiterhin eine hohe Leistung erbringt, was sie ideal für Gamer macht, die eine Balance zwischen Leistung und grafische Qualität suchen. In der 4K-Auflösung, die für ihre hohen Anforderungen bekannt ist, hielt die Karte immer noch gut mit, obwohl eine leichte Abnahme der FPS zu beobachten war. Dies ist zu erwarten, da 4K eine enorme grafische Leistung erfordert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Grafikkarte eine starke Performance in verschiedenen Gaming-Szenarien zeigt. Sie eignet sich sowohl für Gelegenheitsspieler, die in Full-HD spielen, als auch für Enthusiasten, die die Herausforderung von Quad-HD und 4K suchen. Dennoch ist es wichtig zu beobachten, dass die optimale Performance der Karte von einem gut abgestimmten Gesamtsystem abhängt. Das bringt uns zum Ende unseres Testberichts. Wenn Sie Interesse an diesem Modell haben und den aktuellen Preis erfahren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Dort finden Sie alle notwendigen Informationen. Ich würde mich freuen, Ihre Meinung in den Kommentaren zu hören. Es ist immer interessant, verschiedene Ansichten und Erfahrungen zu diesem Modell zu erfahren. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben, wenn es Ihnen gefallen hat. Das hilft uns weiterhin, qualitativ hochwertige Inhalte für Sie zu erstellen. Um sicherzustellen, dass Sie kein neues Video verpassen, klicken Sie auf die Glocke für Benachrichtigungen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass dieser Testbericht hilfreich für Sie war. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!